ich gehe jetzt Richtung er für er hat ja und er hat er kann ja besten mit dem Pferd erreichen auch wenn ich die eigentlich nicht mit ihm reisen möchte aber ich muss mit ihm reisen weil so doof aussieht hallo ja es geht sofort los hallo es geht so vorlos aber kommt rein hier kommt jetzt reißen ihr kommt jetzt aber mit was ist denn da oben? Ah, Königsreif, hallo Königsreif du bist zu stark für mich auch wenn ich sie uns gerne töten würde das ist ja echt ne epische Aufgabe was ist das hier ich weiß der Brief ist toll Mitglied in der geistergelib bin ich schon was ist hier? bei Raffia kann man viele Orte erreichen muss ich einfach mal dazu sagen also das ist gar nicht mal so wenig kann ich jetzt noch irgendwas ach ich habe eh kein Geld man ey ich habe kein Geld wir gehen einfach nach Elfley wie kommen wir nach Elfley? müsste ich mal den lieben Pferdemann fragen wie man nach Elfley kommt es kommt die ganze Zeit wieder ok suchen wir halt meinen eigenen Weg nach Elfley Weißt du das? Das ist jetzt so blöd. Das ist der Talia. Ach, scheiße. Kommt doch irgendwie nach Elfli von hier aus. Das kann es doch nicht sein. Ich komme nur von A nach B, wenn ich über C gehe. Das ist doch ruhigbar. Guten Tag. Das ist ja zu glückliches für so welche Momente nach Elfli. Das schöne Stadtportal. Auch wenn ihr leider nicht so weit sind. Darf ich nerven? Ja, du darfst nerven. Und zwar, was verkaufst du mir? Hier, was ist das denn da? Das ist ein tolles Schwert. Und das ist ein tolles Schwert. Hier, D5. 3, D3. Also ein Großschwert ist ja schon toll, ne? Letztendlich lohnt sich das andere nachher für mich. Tja, was machen wir da? Ich glaube, das meiste ist es noch ein langer Weg. Von daher werde ich jetzt noch einen Beitender kaufen. Oder manchmal sagen, die Leute sagen noch den Beitender. Und wir haben uns noch zu einem coolen Dolch. Weil der cool aussieht. So, weil so einen coolen Dolch haben wir noch nicht. So, komm her. Ja, wir haben einen coolen Dolch für dich. Ja, ich habe einen coolen Dolch. Und ein cooles Schwert gibt es auch noch. Ja, cooles Schwert. So, jetzt habe ich schon mal das Ding ein bisschen aufgebessert. Guten Tag, darf ich jetzt? Ja, es ist mir aufgefallen, dass er eigentlich meine Rüstung verkaufen wollte. Okay. Guten Tag. Was haben wir hier? Ja, stimmt, da war ich ja schon drin. Ach man, ich bin ja gar nicht aus dem Konzept gebracht worden. Nein, kein Stück. Und ich habe meine... Jemand hat es noch gesagt, ich habe meine Beförderungsmissionen völlig übersehen, weil ich war noch nicht in dem Haus gewesen. Hm. Meint ihr nicht heute, dass es da irgendwo Beförderungsmenschie gab? Aber wo ist Beförderungsmenschie? Habe ich schon Akumage gespielt? Beförderungsmenschie, wo wohnst du hier? Kreuzrutter. Oh. Oh. So, euer Wunsch ist ein Kreuzhüter zu sein. Verdenken kann ich es euch nicht. Die Beförderungsstolz und Meisterrang als heroische Herausforderung war ich und erreicht. Die Aufgabe sei simpel, ein Drache zu bezwingen. Ich kenne nur einen, einen Vromtrax, den Herzlosen. Er haust in eine Höhle in Tertarion und quillt die braven Bürger nahe seiner Höhle, sodass sich dort befindet. Ja, was kann man in seine Höhle finden? Dies mag euer erster Drache sein. So lasst mich euch begleiten. Euch wird Rat und Rat zur Seite stehen. So lasst uns den Vorn dann entziehen und dieser Kreatur schwarzes Blut vergießen. Okay. Wer wird denn von Ritter denn zum Kreuzritter oder wird man vom Paladin zum Kreuzritter? Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Kann beides gewesen sein. Ah, keine Ahnung. Ich habe wirklich viele epische Aufgaben, die ich schon erfüllen kann. Okay. Kreuzritter hätten wir dann auch schon mal. Und da... Das war das mit den Kämpfen. Ein Spukhäuschen. Ja, ich weiß es. Oh Gott. Wir haben so viel zu tun. Wir müssen Häuser ausräumen. Ihr seht schon, die Missionen diesmal, um wirklich hier in Rang auszusteigen, sind diesmal nicht so einfach wie bei Mino Magic 6. Aber diesmal fordern GG-Chomp zum größten Teil was von ein. Das ist echt nicht so schön. Ich schlafe hier mal kurz auf dem Schiff. Ja, die Dunkelfarm. So, Affly. Ab nach Affly. Da will ich jetzt hin. Affly ist der andere Elfen-Mode. Habe ich euch ja schon erzählt. So, einmal kurz ein bisschen Licht machen hier. Und der andere Elfen-Mode. Das ist der Elfen-Mode. Dieser Ort ist eigentlich der Ort hier drüben, wenn wir hier weitergehen würden. Das ist der Ort, an den ich zuerst denke, wenn ich an Mino Magic 7 denke. Warum? Das werdet ihr später im Verlauf des Spiels merken. Weil dort ist einer der assigsten Gegner überhaupt. Den es in diesem Spiel gibt. Ja. Deshalb hasse ich diesen Ort auch. So. Ah, komm, wir spielen. Geld. Moch Geld. Geld, Geld, Geld. So. Gewinn. Das Ziel ist zu gewinnen. Ja. Das Ziel geht, sag ich an. Smoking. Smoking. Okay. Er macht gleich coole Sachen. Und opfert sich dafür selbst. So. Was machen wir dann? Neun Mauer, fünf Kreaturen, Einzug. Ja, ich hab eh nur vier. Was soll's. Ich will mal ausnutzen, sowas. Soll ich eh nicht genug. Einfach machen. Erstmal wollen wir eine Derbe-Mauer auf. Derbe-Mauer. Minus eine Magie. Ne, das kann ich nicht. Ne, ich werde nicht geben. So. Okay. Okay. Den Zerquetschen-Sauber werde ich für die Möglichkeit wegwerfen. Sobald es mir dann ermöglicht wird. Klopp. Ich darf es euch einfach versuchen, den Typen runterzukloppen. Das wäre eine Idee. Könnte man machen. Aber erst mal baue ich mir selber eine Derbe-Mauer auf. Wie man hier schon sieht. Ich hab ein Drachenherz erstmal reingesetzt. Und Drachen habe ich auch auf meiner Seite. Jetzt die Karte, das Gleichgewicht werde ich mir aufbewahren. Das könnte ich vielleicht noch gut gebrauchen. Alles toll. Ich klatsche mir einen höheren Turm hier hin. So, jetzt holt sich eine kleine Burg wieder auf. Und ich hau seinen Turm weiter runter. Das Problem ist, ich hab gerade überhaupt gar keine Kreaturen. Und ich hab überall nur zwei von. Aber ich krieg hier auch gar keine guten Karten dazu. Ich hab jetzt irgendwie alles eingesetzt. Ich hau nur so gut die Bukini runter. Ich hoffe, dass er irgendwie eine Magiekarte einsetzt. Weil sonst krieg ich hier echt ein Problem. Mach die Mauer einfach höher. Da kann mir soweit schon mal nichts weiter passieren. Fünf Schaden gegen jede Mauer. Ja, das werde ich gleich ansetzen. Hat sie Zeit. Mann, oder vielleicht auch nicht. Ich weiß nicht. Ach, ich werde nicht erstmal los hier. Scheißkarte. Das ist echt so ein... Wieso soll ich meine Magie in so einem Moment jetzt aufhören? Erstmal hauen wir beide Mauer runter. Und kriegen eine Magie. Ach, Mann, ey. Darauf hab ich gewartet. Noch mehr Magie. Gib mir einfach Magie. Gib mir einfach irgendwas. So. Dich hau ich runter. Okay, er holt sich selber runter. Gleichgewicht. Gleichgewicht brauch ich ja schon fast dann gar nicht mehr. So. Kreaturen kriegen wir dafür. Heiligtum. Okay. Jetzt können wir gar nichts einsetzen. Das ist natürlich echt scheiße. Ähm. Plus 5 Turm, minus 6 Steine. Vergegner. Ne, ne. Das lassen wir mal. Ein Steinbruch haut er mir noch runter. Ey, er haut mir alles weg. Musst mir noch Steine dazuholen. Irgendwie. Eine Mauer. Ich muss... Irgendwie muss ich hier an irgendwas kommen. Ich hab einfach nichts. Und das ist schon ein schwierigeres Argument. Weil diese Runde zieht sich schon länger. Weil das ist eines der spätere Argumage, die man eigentlich besucht. Argumage. Das ist so ein richtiges Wort eigentlich. So. 5 Mauer. 6 Uweinen. Abzug. Ach, Mann. Werdersollt das Ding hier los. Ja, mach du mal. Hier. Ja, macht er ja kranken Scheiß und daraus wird er schlauer. Oh, okay. Er ist so gut an Ressourcen dran, der Kerl. Also, das gibt's gar nicht. So. Jetzt muss ich mir einen Steinbruch. Ich muss erst mal darum sorgen, dass ich überhaupt irgendwas habe. Ich muss dir erst mal so gut wie möglich was runterhauen. Aber der kann einfach alles benutzen, was er will, der Kerl. Weil der einfach so viele Ressourcen hat. Ich muss dir erst mal hier alles irgendwie hochhauen. Aber, Gott. Ich glaube, man braucht 150. Ich glaube, man braucht hier auch echt... Oh, Gott, ey. Das ist ja unglaublich. Was die alles kriegen, geht da, Kind. Ja, plus zwei Mägie. Der tötet sich einfach selber. Das ist ja alles scheißegal. Hauptsache, er wird mächtig, ey. Ach, du Scheiße. Du bist völlig am Rad, der Kerl. Okay. Ich brauche noch eine Mägie. Ich muss auch irgendwie was hochschrauben. Ich muss auch irgendwie was bekommen. Ich muss einmal G für beide Spieler. Das tut dir mehr weh als mir. So. Okay. Vielleicht auch nicht. Ich muss nämlich mal niedrig halten. Aber er hält mich auch niedrig. Huh. So. Ich hau ihn einfach weiter runter. Was zur Hölle? Ich hasse dich. So. Stirb dran. Oh Gott, ey. Er macht sich so derbe Tod. So. Oh, bis dahin. Das ist super. Die Karte kann nicht abgelegt werden. Finde ich echt klasse. So. Ich finde es nicht gut, dass er da so derbe... Alter, was macht er denn?